So, ja die Unboxing Boys sind wieder da Ja, wie ihr sehen, haben wir hier alles aufgestellt, was wir heute zum Unboxen sind Obwohl, das tun wir jetzt ja nicht Unboxen Wie ihr sehen, 3DS XL, mussten wir das extra dazu kaufen Und mein Kollege, der hat sich ja gleich müssen, das beste Spiel ever holen müssen Verständlich Auf jeden Fall habe ich mit meiner Sucht, mit meiner 3DS Sucht angesteckt Mein Kollege ist da und der hat sich ihn jetzt auch gegönnt Wie ihr sehen, im schönen Weiß Ja Unspektakuläre Verpackung Ja, und auch hier wieder kein Netzteil enthalten Verstehen wir nicht ganz, aber egal So, dann tun wir doch mal gleich hier die Siegel brechen Damit wir da mal Gleich mal zu erwähnen Also wir haben uns jetzt mal schlau gemacht Also der 3DS an sich hat sich bis jetzt Obwohl, bis jetzt bestimmt schon mehr Aber Stand 2013 Dezember Hier hat sich der 3DS über 42 Millionen Mal verkauft Das ist also Wahnsinn Wahnsinn Ja Tun wir erstmal alles hier beiseite Und wie auch bei meinem Unboxing Ja Dasselbe Klopapier mit enthalten Das langt für ein paar Wochen denke ich Ja Hier hat man dann diese AR-Karte Mit denen man so, ja Virtuelle Sachen auf den Tisch zaubern kann Zum Beispiel Angelenkammer und so weiter Habe ich bis jetzt noch nicht selber ausprobiert Aber Werde ich denke ich auch mal machen Das mal angucken Und ansonsten halt, ja Anleitungen in zig verschiedene Sprachen Gut Okay Deutschland hat halt verschiedene Nationalitäten mit dabei Nintendo, ne Hut ab So Dann kommen wir jetzt mal Zu seinem Schmuckstück Im edlen Weiß gucken Ich stelle es mal an Hammerhart Also das ist ja Richtig geil, ne Ja gut Sogar Sogar der Stift in Weiß Mein Lieber Mann Mein Lieber Mann Also das ist jetzt was edles Also Kann man nicht anerst da sagen Ja Hier sieht man auch die Displaygröße Ein bisschen besser Wie jetzt bei meinem Weil halt Alles Weiß ist Ja Und Im Gegensatz zum alten 3DS Äh Der alte 3DS Hat ein Oberbildschirm Von Sag ich mal Das rote jetzt einfach mal auf Von 3,5 Zoll Und Der unterste Äh Touch Display Hat Nur knapp 3 Zoll Und jetzt hat hier Beim 3DS XL Hat der oberste Display 4,9 Zoll Und der unteren 4,2 Also äh Ja Die 90% mehr Bild Bildschirme Was hier Auf der Packung vermerkt ist Also Das stimmt schon Das kommt schon hin Und äh Und äh Ach hier in Deutschland Hat sich äh Okay Andere Konsole Schneller verkauft Wie der 3DS Hat man alles Da kann man alles Schon im Internet nachlesen Also Ich bin erstaunt Hab ich nie gedenkt Ja Was hat man hier hinten Abschluss für das Netzteil Hier hat man dann noch äh So Infrarot Für was das jetzt eigentlich gut ist Also ich weiß es nur Dass es für ähm Dieses Circle Pad äh Pro gedacht ist Dieses äh Diese Infrarot Schnittstelle Und äh Ja Ja Ansonsten Wenn man jetzt mal vergleichen will Weil ich hab ja Meiner mit dabei Sehen wir hier Ja gut Mein Kollege seiner ist ein Stück heller Ne Und äh Gut Bei mir ist halt Blau und schwarz mit dabei Also zwei Farben Und bei ihm ist wirklich alles Alles Schneeweiß Also schon eine geile Farbe Kann man nicht sagen Da hat man eher Angst Dass man Dass was dreckig wird Bei dem Ding Ja Ansonsten Gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen Äh Ja Ich hab mir sie nochmal Im Vergleich Ja Meiner ist halt Komplett schwarz Innen drin Und hier wie gesagt Da sieht man halt wirklich Auch besser Bildschirme Und so weiter Und so fort Es ist halt schade Dass wir kein Äh Normaler 3DS als Vergleich Also der kleinere Aber ich denke mal Äh Die Daten die ich euch vorgelesen hab Die Reichen Und ja Mein Kollege Wie gesagt Oder wie schon gezeigt Hat sich natürlich auch Dieses Spiel holen müssen Es ist einfach geil Kann man nichts anderes sagen Also jeder der ein 3DS Äh Sich holen will Oder besitzt Es muss dieses Spiel Aber das ist ein Zwangsgauf Das ist Normalerweise Echt Also ohne Zelda Ja Greener of Time Brauchst ja das Ding gar nicht zu kaufen Ja Es werden noch in Zukunft Vielleicht noch äh Wie jetzt beim Zelda Kleine Reviews äh kommen Und äh Und äh Ja Zu diversen Spielen Wo wir haben Oder wo wir jetzt noch holen werden Wir können es halt nicht äh Aufzeichnen Äh Mit PVR Oder dieser Äh Ja Soll ich sagen Es gibt so einen gemoddeten 3DS Mit USB Anschluss hin Den haben wir halt nicht Und äh Und äh Ja aber Kleine Reviews können wir trotzdem machen Und hoffen wir Dass wir eigentlich so ein bisschen Ja Weiterhelfen können Bei irgendwelchen Ja Spielentscheidungen Oder Kaufentscheidungen Die ihr Abo wollt Naja In diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuschauen